Ja, jetzt ist es nochmals bewiesen. Wählerinnen wollen nur die Reformen der NextScientistsForFuture.de und nichts anderes, auch nichts anderes von den Neuparteien. Das ist jetzt noch mal bewiesen worden. Wir hätten das nicht gebraucht, weil die simulierte Bundestagswahl und andere frühere Studien genau das ja schon gezeigt hatten, dass es genau so ist. Aber jetzt ist es noch mal bewiesen und zwar ganz frisch und ganz neu. Also deswegen, liebe Herren und Damen, Pakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Ja, wenn wir Sie wirklich das Projekt Neue Große Volkspartei noch retten wollen, dann bitte jetzt sofort in lauter Internetfernsehsendungen vorstellen, dass Sie jetzt umschwenken und zwar ganz deutlich. Hier, wir haben jetzt die besten Experten an unserer Seite. Also gestern haben wir in einem zweistündigen Telefonat eine Dame, die Mitglied im Vorstand von Baden-Württemberg von Wir2020-EU ist. Die Erlaubnis gegeben, ungefähr so eine Formulierung in Ihre Homepage schreiben zu dürfen, wie dass wir die Next Scientists for Future als überparteiliche, unabhängige, externe Experten vollumfänglich für alles zur Verfügung stehen. Ja, an der Seite von Wir2020-EU. Und noch steht es meines Wissens nicht in der Homepage, aber vielleicht kommt es dann bald in die Homepage. Aber es spielt auch keine Rolle, ob es um der Homepage ist. Entscheidend ist ja, ob es praktiziert wird, ob man sich noch so kurz vor der Wahl auf das tausendmal bessere Programm der Next Scientists for Future umstellt, ob man auch den Vorschlag, unseren Vorschlag aufgreift. Ich habe ihr, der Dame, natürlich auch dann das Original geschickt von diesem Volksentscheid-Wahlprogramm mit fünf Alternativen, sodass sie das auch als Möglichkeit hat, sozusagen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was der Beweis ist. Also ein Mitglied von Wir2020-EU aus Bayern. Sie hat also mal getestet, wie reagieren denn die Wähler? Sie hat also quasi einen Vergleichstest gemacht. Wie reagieren die Wählerinnen auf die Gesundheitsreformüberschrift der Next Scientists und wie reagieren sie auf den vorläufigen Entwurf von Wir2020 Baden-Württemberg, der zwar nur vorläufig ist, aber es ist ja trotzdem interessant zu sehen, wie die Wählerinnen reagieren. Und der Unterschied ist gewaltigst. Also ich zeige Ihnen mal die Bildchen. Also hier, Sie können ja dann die Sendung immer zwischendurch stoppen und das alles sorgfältig lesen. Ja, Sie sehen es hier. Innerhalb weniger Tage 200 Unterstützungsunterschriften für die Gesundheitsreformkonzeption der Next Scientists for Future. Und hier der Beschreibungstext. Halten Sie ruhig das Video an, dann können Sie das alles in Ruhe lesen. Hier mal ein paar wenige der circa 60 begeisterten Kommentare. Können Sie alles mal lesen. Das können Sie ja auch bei uns dann nochmal jeden Kommentar lesen. Wir haben alle Kommentare, die positiv waren, dokumentiert. Also circa 60 positivste Kommentare. Und hier ist also quasi die Überschrift, die zweite Petition, die jetzt erst, sagen wir mal, ungefähr zwei, drei Tage läuft. Und in dieser Zeit hatten die Next Scientists for Future schon circa 20, mindestens 20 Unterschriften und circa 20 begeisterte Kommentare, positive Kommentare. Und jetzt gucken wir, sehen Sie, eine Unterschrift, kein einziger positiver Kommentar. Ja, das ist hier der Text des vorläufigen Vorentwurfs von WIR 2020 Baden-Württemberg. Einen endgültigen gibt es ja noch nicht. Aber dieser vorläufige sozusagen ist offensichtlich bei den WählerInnen überhaupt nicht angekommen. Und bei der Reformvorschlag von Next Scientists for Future stieß auf dieses gewaltigste Interesse. Gewaltigste Interesse hier. Sie sehen es ja auch, manche der positiven Kommentare haben dann nochmal fünfmal ein Like bekommen, sozusagen. Manche dreimal und so weiter. Und manche zweimal und Sie sehen es also, ich fasse dieses Ergebnis zusammen. 200 Unterstützungsunterschriften mittlerweile. Jetzt greift natürlich die Zensur, auch bei Open Petition. Ja, die werden das jetzt irgendwie schikanieren. Das wird jetzt also dann auch rausgenommen jetzt. Und ja, das waren die kleineren. Und hier sieht man nochmal, ach so, hier sieht man das übrigens nochmal. Ja, hier 64 Kommentare, davon ca. 60 ganz rundweg positive. Ja, das war es soweit. Und dann nochmal der Kernsatz, ja. Der Kernsatz lautet, bringen Sie uns, den Next Scientists for Future, zur Not per Referat, jeden anderen Experten der Welt. Wir werden Ihnen sagen, wo er sich irrt. Und kommen Sie nie auf die Idee, nur uns, die Next Scientists for Future, zu den einzigen Experten zu erklären. Das wäre doch wieder Einseitigkeit. Wir wollten doch auch die anderen Seiten hören. Und wir wollten doch befolgen, Audiatur et altera pars und nicht nur einseitig eine Seite hören. Und deswegen ist es doch auch ein Riesenfehler überhaupt, also einseitige Wahlprogrammsentwürfe zu machen. Es ist doch viel besser, die Parteibasis darüber abstimmen oder konsensieren zu lassen über die fünf sich voneinander unterscheidenden, besten oder interessantesten oder spannendsten Reformmodelle, sodass dann in einem Volksentscheid nach der Wahl die WählerInnen das letzte Wort haben dürfen. Denn, ich wiederhole es noch einmal, man schafft es nie, dass die Parteibasis ungefähr einer repräsentativen Wählerstichprobe entspricht. Wenn man aber Politik für die WählerInnen machen will, muss man es am Ende per Volksentscheid die letzte Entscheidung den WählerInnen überlassen. Und sollte ganz vorsichtig sein, welche Reformvorschläge man aussondert vorher. Denn es kann ja sein, dass eine nicht repräsentative WählerStichprobe, sprich Parteibasis, genau die besten Reformkonzepte aussondert und die schlechtesten übrig lässt. Also Vorsicht deswegen. Und man kann doch auch in solch einen Volksentscheid sieben verschiedene oder neun verschiedene Alternativen reintun und braucht dann nichts wegzuzensieren, sondern überlässt das Urteil den WählerInnen und der öffentlichen Diskussion nach der Wahl sozusagen. Ja, das ist der Weg. Dieser Weg führt in die Zukunft. Und wie gesagt, es ist jetzt bewiesen, ganz frisch, gerade jetzt frisch bewiesen, die WählerInnen wollen nur die Reformen der Next Scientists for Future und nichts anderes. Ja, tschüssi, bis bald.